Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerd-Zeitalter. Ja Leute, ich habe ein bisschen gelesen und habe dann gesehen, woran es liegt. Es liegt nämlich an der, hier oben an der elektrostatischen Anomalie. Deswegen funktionieren die Antriebe nicht ordentlich und man muss das tatsächlich erforschen. Hier, man muss hier Dinge erforschen, aber dadurch, dass ich den Planeten bereits besucht habe und dann runtergefallen bin, habe ich jetzt nur noch die Möglichkeit, theoretisch an einen sicheren Ort zu teleportieren, um dann in der Quest weiterzumachen. Während, hier ihr seht, das ist alles Dark-Faction-Bereich. So, genau. Da muss man hier auch nochmal 50 Lichtjahre fliegen. Das heißt, mein, ähm, mein, äh, äh, Triebwerk müsste ich auch noch reparieren. Und die Faction breitet sich halt auch immer weiter aus. Das ist an sich ein cooles System, aber, ähm, das Spiel war nicht hilfreich, mir das zu erklären. Deswegen hänge ich jetzt, äh, ziemlich fest, ja, auf einem anderen Planeten. Ich bin nämlich mal teleportiert. Und, ähm, so. Machen wir hier wieder den, den Ausblick auf dieses schwarze Loch. Ist einfach der Hammer, wie gut das aussieht. Ähm, genau. Und, äh, deswegen entscheide ich mich jetzt tatsächlich, ähm, in dieser sehr, sehr kurzen Folge Dark-Faction abzumoderieren. Ich glaube, ich werde das nochmal probieren. Allerdings erst, äh, wenn ein größerer Patch rausgekommen ist. Genau. Also, weil, wir können noch nichts erforschen. Hier. Ich weiß auch nicht, woran das hängt. Ja. Aber wahrscheinlich müsste ich diese Forschungsstation bauen. Dann müsste ich die Dinge, äh, erforschen. Damit ich sie bauen kann. Dafür braucht man dann wieder dieses Similit, das man selber herstellen muss hier. Und dann kann man vielleicht hier so ein... Genau. Genau. Hier diese Dunkelfeld-Neutralisierer. Äh, die kann man dann herstellen. Ja. Genau. Und, äh, deswegen würde ich sagen... Warte mal, was gibt's denn hier? Die gibt's sogar zweimal. Okay. Ach, das eine ist eine Basis und das andere ist für große Raumschiffe. Belagungskanone. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Vielleicht hätte mir das geholfen. Okay. Ja, also, wie dem auch sei. Ich werde, äh, hier mit Dark Faction aufhören. Es laufen ja noch weitere Empyreion Let's Plays. Und, äh, vielleicht nach einem größeren Patch schaue ich nochmal in dieses schöne DLC rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten, hoffe, ihr hattet Spaß bei meinen Fails, bei meinen, ähm, Problemen, bei meinen vielen Toden und hattet ordentlich was zu lachen. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch bei anderen Let's Plays demnächst wieder einschaltet. Bis dahin, euer Sven. Tschau, tschau, tschau. 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 Vielen Dank.